Anne Heche, 53, starb am 12. August an den Folgen eines Autounfalls, den sie eine Woche zuvor hatte. Anne wurde zwischen 1987 und 1991 als Zwillinge in der Seifenoper Underworld berühmt. Für diese Rollen erhielt sie einen Diatime Emmy Award und zwei Soab Operadigest Awards. Ihre erste große Rolle war als Johnny Depps Freundin in dem Gangster-Drama Donny Brasco. Danach spielte sie in populären Filmen wie Willkommen in Cedar Rapids, Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, der Action-Komödie Sechs Tage, Sieben Nächte, dem Thriller für das Leben eines Freundes, dem Katastrophenfilm Volcano und dem Remake von Psycho mit. Untertitelung des ZDF, 2020